So, eine Runde NHL. Ich spiele mit den Boston Bulls gegen Chicago Worldports. Das ist natürlich die Demo, noch egal. UpGates ist ewig kein NHL mehr gespielt. Mal schauen wie es so läuft. Die Steuerung habe ich mir auf die einfachen Belegungen gestellt. Ich hoffe immer mal, dass ich leicht ein Tor schaffe. Aber ich glaube es nicht. Okay, hier steht schon mal 2 ein Simpen. Ist mir egal. Ja, geht immer los. Liegt natürlich erstmal hinten 3 ans Simpen. Okay. Das war so gut. Oh man. Ah. Entschuldigung. Nein. Mann. Oh verdammt. Ich finde sie zu spät. Mann. Vier ist zu spät. Mann. 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 Oh, das ist jetzt ein bisschen... Das ist jetzt ein bisschen wie ein... Dann können wir sehen uns immer wieder... Das ist jetzt ein bisschen... So, jetzt, jetzt. So viel gestorben. Na, wie? Ah, das war's, man. Viel Spaß! Wann, du hast du fest? Well, was er die? Ja. Da ist er. Da ist er nicht mehr so gut. Das ist der Weg zu den Wings. In Aldi, natürlich. Das ist auch wenig. Keiner weniger. So jetzt. Unterzahlspiel. Die Aldi. Das ist nicht das. Zweimal weniger. Das ist nicht mehr. 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 Wir haben die Überraschung. Wir müssen wiederholen. Das ist nicht mehr. Ja, wir sehen uns nächstes Mal, ich weiß nicht ob ich noch mal ein NHL-Spiel mache, aber auf jeden Fall gibt FIFA 14 Budgets. Bis dahin.